Michael Friedrich Wilhelm, Mike, Krüger ist ein deutscher Komiker, Schauspieler, Kabarettist und Sänger. Leben Mike Krüger ist der Sohn von Friedrich W. Krüger, einem Prokuristen der Norddeutschen Treuhandgesellschaft und späteren Direktor der Bewobau, deren Architekt Richard Neutra Mike Krüger früh beeindruckte. Seine Mutter starb, als er drei Jahre alt war, in einem Pariser Hotelzimmer. Er besuchte in Hamburg Sasel die Peter-Petersen-Gesamtschule. Mit zehn Jahren wechselte er in ein Internat in Büsum mit Besuch des dortigen Nordsee-Gymnasiums. Nach dem Abitur im Juni 1970 absolvierte er bis 1973 eine Lehre als Betonbauer und war dabei auch an den Arbeiten am neuen Hamburger Elbtunnel beteiligt. Seinen Dienst als Wehrpflichtiger leistete er ab 1. Oktober 1973 als Funkfern-Schreiber bei der Bundesmarine beim Flottenkommando in Glücksburg-Meyerwick und der Marinefernmeldeschule in Flensburg-Möwick sowie beim Marinefliegergeschwader 1 in Krop, Jagel. Bereits dort wurde sein komödiantisches Talent erkannt. Im Anschluss begann Krüger an der Fachhochschule in Hamburg ein Architekturstudium und wohnte in Norderstedt. Während seiner Studienzeit trat Krüger bereits auf der Bühne auf, unter anderem im Folkloreclub Danispan in Hamburg, und erhielt pro Abend rund 80 Deutsche Mark. Nach seinem ersten Plattenerfolg Mein Gott, Walter gab er 1975 sein Studium auf und tourte mit einem Bühnenprogramm. Später folgten weitere Plattenerfolge. Der Nippel schaffte es auf Platz 1 der deutschen und österreichischen Charts. Anfang 2010 war Mike Krüger mit seinem Live-Programm Ist das Kunst, oder Kann das Weg? Auf Deutschland-Tour. Ebenfalls 2010 feierte Mike Krüger sein 35-jähriges Bühnenjubiläum und trat im Dezember des gleichen Jahres beim Arosa Humorfestival auf. Fernsehen bundesweit bekannt wurde Krüger durch seine Vorstellung des Titels Mein Gott, Walter im Jahr 1975 in der von Rudi Karel moderierten Unterhaltungsshow am laufenden Band. Im Fernsehen machte er als Moderator Karriere. Vier gegen Willi lief ab 1986 drei Jahre lang im Samstagabendprogramm im Ersten. Im Jahr 1991 spielte er in einigen Folgen der von RTL produzierten Serie Einschloss am Wörthersee die Rolle des Bob-Saga. Von 1991 bis 1993 hatte er aufsatt. Einst die nach ihm benannte Sendung die Mike Krüger Show. 1995 präsentierte er im ZDF einige Ausgaben der Show Verlieren Sie Millionen, die jedoch schnell wieder abgesetzt wurde. Es folgten 150 Folgen der Sendung ... bei satt. Eins und die Show Krüger sieht alles bei RTL, in der er Stilblüten aus der internationalen Welt des Fernsehens präsentierte. Ebenfalls bei RTL gehörte Mike Krüger von 1996 bis 2005 zur Stammbesetzung der von Rudi Karel produzierten Freitagabendshow Sieben Tage, Sieben Köpfe. Im Sommer 1997 moderierte er alle elf Folgen der Witze-Erzählshow Kennen Sie den? Von 2005 bis 2006 war er Moderator der Sendung Freischnauze. Seit Ende 2006 sitzt er als Nachfolger von Wolfgang Wölz im Rateteam der Sendung Sagt die Wahrheit im SWR-Fernsehen. Von 2006 bis 2007 und im Jahre 2010 hatte Krüger mehrere Gastauftritte als Polizist in der Impro-Comedyshow Schiller Straße auf satt. 1. Am 12. Juli 2006 wurde seine neue Sendung Klüger mit Krüger im NDR Fernsehen ausgestrahlt. Ab dem 12. Februar 2007 lief auf Kabel 1 die Sendung der Comedy-Flüsterer, in der er einen Prominenten durch einen Knopf im Ohr fernsteuerte. Die Sendung erwies sich jedoch als Flop und wurde schnell wieder eingestellt. Am 27. August 2007 startete auf ProSieben seine neue Sendung Krügers Woche. 2008 spielte Mike Krüger bei Funny Movie, die große ProSieben-Film-Verarsche mit. Hier spielte er Michael Mayer in der Folge H3 Halloween Horror Hostel. Außerdem spielte er den Oberkellner Mike in der ARD Schlagerette das Musikhotel am Wolfgangsee. 2010 moderierte Mike Krüger unter anderem die Sendung So lacht der Norden. Dort präsentierte er einen Mix aus Live-Comedy mit Gästen und Beiträgen aus dem NDR Archiv. Außerdem nahm er an der Fernsehsendung Schlag den Star teil und verlor in der Sendung gegen seinen Gegenspieler im siebten Spiel. 2011 spielte er in der Folge Chaos am Hochzeitstag der SAT. Eins-Comedy-Serie Spezialeinsatz einen russischen Mafioso. Im selben Jahr hatte er einen Gastauftritt in der Heute-Show im ZDF. Krüger machte Werbung für eine gleichnamige Instant-Getränkemarke, die Baumarktkette Hagebau, ein Eisenbahnunternehmen und spielte zusammen mit Thomas Gottschalk in einem Werbespot für McDonalds. Zu den von Detlef Bug produzierten TV-Spots steuert Krügers Musikpartner Slissi Bob jeweils die Musik bei. Filme ab 1982 drehte Mike Krüger gemeinsam mit Thomas Gottschalk die kommerziell erfolgreiche, vierteilige Unterhaltungsfilmreihe Die Supernasen. Krüger wirkte darüber hinaus in weiteren deutschen Komödien als Hauptdarsteller mit, so U. ah, in Geld oder Leber, als Verbrecher, in Seitenstechen als schwangerer Mann und in Die Senkrechtstarter als Pechvogel. Einen Fünf-Sekunden-Auftritt hatte er 1984 am Ende des Films Mama Mia, nur keine Panik mit Thomas Gottschalk. In den Filmen Seitenstechen und auch später bei Die Senkrechtstarter steuerte Mike Krügers Musikproduzentpartner Slissi Bob die beiden Titelsons Fantasy und Everything You Want bei. Slissi Bob arbeitet seit 1985 bei nahezu allen musikalischen Krüger-Projekten mit Mike Krüger zusammen. Soziale Medien und YouTube Im Juli 2020 wurde auf YouTube ein offizieller Mike-Krüger-Kanal erstellt, wo sich Krüger vereinzelt mit seinen alten Songs, die er im Corona-Gewand präsentierte, wieder in der Öffentlichkeit zurückmeldete. Der Kanal wurde dann aber weitestgehend für die Veröffentlichung alter TV-Aufnahmen und früherer Mitschnitte genutzt. Ab dem 10. November 2021 präsentiert Krüger regelmäßig »Sieben Tage einen Kopf«, ein Format, das auf einer RTL-Show basiert und bei der er regelmäßig mitwirkte. An seinem 70. Geburtstag wurden die Shows »Ach du bist Mike, das ist ihr Leben« mit dem Moderator Dieter Thomas Heck und Krügers echte »Als Live-Premiere« gezeigt und für eine kurze Zeit den Fans zur Verfügung gestellt. Auszeichnungen 1984 Bambi 2008 Till Eulenspiegel Satirepreis der Stadt Bremen 2009 Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises 2010 Zusammen mit Hagebaumarkt gewann er den Brosnen F4 Award. Mike Krüger wurde bisher unter anderem mit drei Bambis, zwei Goldenen Löwen, einem Fernsehpreis und zwei Comedypreisen ausgezeichnet.